... Tonen verabredet. Oh, Weltfredi, wollt ihr zu meinem Fest in sechs Tagen kommen? Na klar! Antwortet Molli Kopfüber von der Liane. Ich schwinge am liebsten den ganzen Tag in der Liane. Dabei passe ich auf, dass mich der Jaguar nicht schnappt. Meine Lieblingsübung ist der Kopfstand. So sieht die Welt gleich ganz anders aus. Äh, schon wieder springt so ein Affe über mich. Es ist der Riesenbockkäfer. Heute übe ich zuerst mal Ratschlagen. Es geht schon ganz gut. Ich setze eine Hand nach der anderen auf den Boden und schwinge meine Beine durch die Luft.